Der Bibeltext der Geweck ist in Johannes Kapitel 16, Vers 23-33 Ich sehe euch die Sachen durch Beispiels, aber kommt ein Tät, wo ich nicht mehr durch Beispiels vertelle war, weil ich euch ganz klar vertelle auf dem Papa. An dem Dach war ich in deinem Verlangen in meinem Namen und ich sehe, dass ich dem Papa nicht verlangen brauche in dieser Stelle, weil dein eigener Papa liebt euch. Er liebt euch, weil ich mich wirklich liebe und liebe, dass ich von Gott gekommen bin. Ich bin gekommen vom Papa in die Welt und nun leide ich in die Welt und mache meinen Papa. Nun sagt es den Jüngeren, nun ja, du vertellst ganz klar und nicht dein Beispiels. Nun weißt du, wie du alles wirst und dass dich keine Fragen mehr gebraucht. Nun weißt du, wie du von Gott gekommen bist. Jesus antwortet, dann darf ich nur lösen. Nun ist eine Stunde reingekommen, wo alle versträuchten waren und jeder einzig nach seinem Haus. Und so war ich mir allein, Leute. Aber ich bin nicht allein, weil Papa ist mit mir. Ich sehe das, weil ihr mit mir taub sind, dass ihr Freie haben sollen. In der Welt war ich in Not leben. Aber ich habe die Welt gewonnen. Was ist dein Evangelium? Das ist dein Evangelium. Der Dächerwerk. Untertitelung des ZDF, 2020